Was geht ab Leute, Satan ist wieder da und zwar mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 946. Mit dem wunderschönen Titel All In vs Queen. Das meiste im Kapitel dreht sich rund um den Kampf zwischen Big Mom und Queen. Big Mom besiegt Queen mit nur 2 Moves und hält ihr am Ende sogar hoch, trotz dass es so gigantisch riesig ist. Kid und Killer sind beim ganzen Tumult befreit worden, vermutlich ist während des Kampfes das Gebilde wo sie gefangen waren zerstört worden. Big Mom findet schließlich das Oshiruko, ist aber sehr enttäuscht als sie sieht das es leer ist. Das Panel sieht einfach nur episch aus. Dann rutscht Ruffy aus Versehen raus, dass das Oshiruko sehr lecker war und Big Mom wird ziemlich wütend und greift Hio und Ruffy an. Big Mom schubst beide aus dem Ring und Ruffy gelingt es gerade noch rechtzeitig die Halsketten wegzuwerfen. Vermutlich hatte sie geöffnet ähnlich wie Rayleigh es damals gemacht hat bei Kami und zwar mit dem Haki. Ruffy möchte flüchten aber Hio verweigert dies und sagt man wird nur stärker bei Kämpfen auf Leben auf Leben und Hort. Ruffy stellt sich vor Hio und schreit. Komm her Yonko. Hört sich auf jeden Fall mal nach einem spannenden Kapitel an das Queen so schnell kaputt gehen soll. Wow da bin ich mal gespannt aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei meinem Video zum Kapitel Review. Ich hoffe ihr seid auch dabei. Wenn euch das kleine Spoiler Video gefallen hat freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abo Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spass und haut rein. Ciao. Ciao. Wie.